BiggerFam presents die echt kleine große Hyundai i20 Rally Peter und die Dorf sind schon klasse gemacht. Wir haben eine Stunde vorbereitet. Das muss man schon sagen. Aber es heißt ja nichts, dass die beiden jetzt hier im Stechen waren und der Peter gewonnen hat das Spiel. Denn die User entscheiden da draußen, wer den kleinen großen Hyundai i20 gewinnt. Möchtest du dir noch irgendwas mit auf dem Weg sagen? Genau. Auf jeden Fall. Also wortet für mich. Alle die nicht nur Beats mögen, sondern auch Gitarren. Die müssen für mich worten. Auf jeden Fall. Man sieht es mir an und wortet für Gitarren auf BiggerFam.